Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute teste ich nach einer langen Zeit mal wieder eine Rakete für euch und es ist die Leuchtkugelrakete, eine echt ruhige, ja in der Schützrakete eigentlich nur, von Keller mit, ich weiß jetzt nicht, ich schätze mal 9 Gramm ungefähr, so wie die Demonrakete und ja, was gibt es noch zu sagen, der Leitstab ist wirklich extrem kurz, wie ihr sehen könnt, also auf jeden Fall nicht lang, ich glaube so 30 Zentimeter, ich weiß nicht, ob der abgebrochen ist oder ob sich das so gehört, ja, hier oben wird dann die Leuchtkugel rauskommen und ja, dann gehe ich jetzt mal raus, ich habe jetzt schon ein richtig geiles Silvesterfeeling, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also es geht jetzt so rasant auf November zu und ab November bin ich wirklich nur noch Pyro und so und ja, ja, ich werde jetzt rausgehen und werde die Rakete für euch testen und ja, dann ciao, bis zum Test. So, hier jetzt die Leuchtkugelrakete von Keller. Oh, richtig geile Effekt, Leute.